Du brauchst Abwechslung? Öfter mal das Neues? Bloß keine langweiligen Wiederholungen? Sehe ich ganz genauso. Als metaller Azubi im Brunnenbau bin ich hier echt breit aufgestellt. Wir bauen selber Maschinen und Teile für die Baustelle. Die komplette Kette. Drinnen und draußen. Ich bin überall dabei. Man darf hier vieles machen, was man woanders nicht machen darf. Na, nur eins darfst du nicht. Du hast keine Angst vor Matsch und Wetterhaben. Nach meiner Ausbildung bin ich Metallbauer in allen Bereichen. Ich kann also arbeiten, wo und bei wem ich will. Eins weiß ich jetzt schon. Ich mache auf jeden Fall noch die Fortbildung zum Brunnenbauer. Die Versorgung mit Trinkwasser wird immer wichtiger. Und das Ableiten von zu viel Wasser auch. Brunnenbauer helfen mega der Umwelt. Ist also ein Job mit Zukunft und für die Gegenwart viel Verantwortung, Eigeninitiative, Herausforderung. Ein geiler Beruf. Bei Fandornik erlebst du was du baust. Feier dich selbst! Worauf wartest du? Bewerben in wenigen Minuten. Schau einfach mal rein!